Sie holt tief Luft, wählt die Nummer. Guten Abend, mein Liebling. Rate mal, was mir passiert ist. Was gibt es denn? Ich komme gerade von Dr. Dubois. Was ist los? Musst du ins Krankenhaus? Er hat mir eine Kur verschrieben, in Bannière de Bigorre, in den Pyrenäen. Frederic fragt sich, ob sein Vater das gebilligt hätte, wo er doch Mineralwasser nicht ausstehen konnte. Und wenn jemand bei dir einbricht, während du am anderen Ende der Welt bist? Ach was, wer soll schon bei mir einbrechen? Außerdem werde ich Maria bitten, einige Nächte hier zu übernachten. Nun aber langsam, du wirst doch Maria nicht etwa dafür bezahlen, dass sie bei uns schläft. Ich predige schon seit Monaten, dass wir eine Überwachungskamera anbringen sollen. Ich habe ein Sonderangebot gesehen, ich kümmere mich darum. Ich muss nicht überwacht werden. Du weißt doch gar nicht, wem du da begegnest. Und wenn du krank wirst? Wer wird dich in 800 Meter Höhe abholen? Ich klettere ja nicht auf dem Mont Blanc. Berge mochtest du doch noch nie. Das kann sich auch ändern. Und außerdem bringst du da etwas durcheinander. Dein Vater mochte die Berge nicht. Er hatte eine Leidenschaft für Loire-Schlösser, die wir 32 Jahre in Folge besucht haben. Ich kenne jeden Quadratzentimeter von Plessis-le-Tour, Montserrat und so weiter auswendig. Und wie kommst du nach Bonnière des Dingsbums? Sie schaut auf die großen Bäume hinten im Garten. Denkst du, in meinem Alter ist es gefährlich in den Bergen? Ja, Mama. Wenn du möchtest, gehen Carol und ich mit dir in den Bois de Boulogne. Das würde dir gut tun und wäre viel vernünftiger. Damit war das Gespräch beendet. Sie blickt auf das Bücherregal. Kurz nach Henri's Tod hat sie Madame Bovary dort deutlich sichtbar platziert. Hélène hatte ihr damals den Roman geschenkt und mit einem Lächeln die Passagen erwähnt, die als Verstoß gegen die Sittlichkeit empfunden und bei der Veröffentlichung zensiert worden waren. Marguerite hatte das Frivole an der Kutschfahrtszene, die Straßennamen, die galoppierenden Pferde, nicht verstanden. Aber einige Seiten später hatte sie konfus die Lektüre unterbrochen, aus Angst, noch mehr zu entdecken. Das Lesezeichen liegt noch immer zwischen diesen beiden Seiten. Diese Enttäuschung mündete dann rasch wieder in eine neue Hoffnung und glühender, begieriger als vorher kehrte sie zu ihm zurück. Marguerites starrer Körper erbebt. Sie verspürt eine unbekannte Hitze im Unterleib und hält inne. Sie entkleidete sich ohne jede Zurückhaltung und riss mit gewaltsamen Bewegungen am dünnen Bändel ihres Mieders, der wie eine Natter um ihre Hüften zischte. Sie schlägt das Buch zu, ihre Wangen blühen. Mit geistesabwesendem Blick streicht sie über den Einband.